Hallo, ich bin Thomas aus Stuttgart, bin heute zum zweiten Mal in Paris bei Lionel und lasse heute mein erstes Tattoo von ihm vollenden und freue mich sehr drauf und bin gespannt, wie das Kunstwerk am Schluss aussieht. Ich bin schon lange Fan von Lionels Tattoo, habe das schon lange im Internet verfolgt und bin jetzt sehr froh ein eigenes auf der Ort zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017